Jo, hallo Leute! Wollt ihr bei einem wichtigen Event Cephalid Breakfast spielen? Dann ist es ganz wichtig, dass ihr eure Winrate mit dem Deck maximiert. In den meisten Fällen geht das schon irgendwie durch, aber es gibt ja so bei jedem Event mal den einen richtig dummen Lost, dass man irgendwas übersieht, irgendein Spezialfall kommt und hinterher denkt man, ah, das ist ja klar. Aber in dem Moment denkt man einfach nicht dran und keiner erklärt es einem. Es gibt tausend Guides, die immer sagen, wie die Kombo grundlegend funktioniert. Aber ich habe versucht, mal die ganzen Ausnahmen und Spezialfälle zusammenzufassen, wie man am sichersten in die Kombo geht, dass so wenig wie möglich schief gehen kann. Denn ich hatte einige richtig dumme Losses und hoffe, daraus gelernt zu haben. So, fangen wir mal an. Das Erste ist natürlich das Allerwichtigste, zu identifizieren, was der richtige Kombo-Turn ist. Aber das ist eigentlich ein Kapitel für ein anderes Video. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr überlegt habt, okay, nächsten Zug bin ich tot oder es wird nicht besser oder ich habe jetzt genug Protection. Okay, los geht's. Dann kommt der Draw Step. Ich hoffe, ihr zieht jetzt nicht irgendwas, was euch einen Strich durch die Rechnung macht. Zum Beispiel hatte ich mal ein Spiel eigentlich schon gewonnen, aber ich habe das Dread Return gezogen. Und dann habe ich mich selber gecable-therapied und der Gegner hatte aber Endurance. Da kann schon einiges schief gehen, aber wir hoffen mal, dass der Draw Step euch also hier nicht den Strich durch die Rechnung macht. Dann könnt ihr, wenn ihr Orms-Chant habt, das vielleicht am besten auch im Draw Step gleich mitkasten. Wenn der Gegner, sagen wir mal, Dark Ritual castet, um irgendwas zu spielen und noch Mana offen habt, dann könntet ihr jetzt hier in die Main Phase gehen und der Gegner verliert das extra Mana. Ist vielleicht in den meisten Fällen nicht relevant, ob ihr es am Anfang der Main Phase castet oder im Draw Step. Aber ich denke so, um das letzte Zehntelprozent noch rauszukitzeln, wieso nicht? Ich denke, da kann nichts schief gehen, das in Draw Step zu casten. Es gibt natürlich so Fälle, wo man vielleicht vorher noch pondern will und sich noch mehr Projection holt, aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt nicht noch irgendwelche Cantrips casten wollen. So, gut, jetzt kommen wir also in die Main Phase. Da triggert die Saga, wenn ihr eine habt, mit zwei Chaptern drauf. Geht also in das dritte und letzte Chapter. Wenn das also der Fall ist, könnt ihr euch jetzt entscheiden, aus verschiedenen Gründen ein Construct zu bauen. Vielleicht braucht ihr das einfach, um sicher in die Combo zu gehen, weil zum Beispiel ein paar Narkomöben schon weg sind. Oder ihr wollt einen Blitzableiter haben, dazu noch später mehr, was das ist. Oder ihr wollt einfach noch einen Bieter mehr haben, falls die Combo schief geht. Auf jeden Fall, wenn ihr genug Mana habt, spricht da eigentlich nichts dagegen, dieses Construct zu erzeugen und dann geht es ganz normal weiter. So, wie sieht es aber aus, wenn ihr jetzt nicht Mana im Überfluss habt, wie es meistens der Fall ist? Naja, dann floatet ihr Colorless Mana. Ich nehme da immer so einen Würfel mit einer 1 drauf, das ich wirklich nicht vergesse. Da passiert ja manchmal immer ganz viel und Trigger und der Gegner macht irgendwas und am Ende vergisst man voll, dass man das Mana hatte. Deswegen legt euch da so einen Würfel hin und natürlich nicht vergessen, die Bibliothek zu durchsuchen und die Saga in den Friedhof zu legen. Dann könnt ihr euch überlegen, okay, braucht ihr jetzt dieses farblose Mana, wenn ihr es nicht braucht? Dann habt ihr wirklich so viel Mana und ihr habt Kreaturen zum Angreifen. Dann macht es jetzt Sinn, könnt jetzt hier noch erstmal eine Kabale-Therapie spielen, um wirklich zu wissen, was der Gegner auf der Hand hat. Vielleicht noch einen Schuko ausspielen, damit ihr noch einen Schaden mehr macht oder noch mehr Constructe könnt ihr damit groan. Dann geht es in den Combat und das ist super wichtig. Da habe ich zum Beispiel mein Spiel verloren gegen Delver. Ich hatte ihn erst nach der Kombo angegriffen und dadurch konnte er Surgical Extraction casten, denn ich hatte eine Kreatur für Flashback auf Cable Therapy geopfert und da hatte mir dann der eine Schaden gefehlt. Hätte ich zuerst angegriffen, wäre er bei zwei Leben gewesen und hätte das Surgical nicht mehr casten können. Deswegen, wenn ihr es irgendwie machen könnt, wenn ihr dieses farblose Mana nicht braucht und ihr habt Kreationen zum Angreifen oder in den ganzen anderen Fällen, einfach immer erstmal angreifen. Auch mit dem Nomaden könnt ihr oft mit angreifen, selbst wenn der Gegner einen Blocker hat, einfach, wenn ihr zum Beispiel Kaldra und Nomad habt, könnt ihr ja den Schaden einfach auf die Kaldra umleiten. So, aber wir sind jetzt nun entweder in der Main Phase 2, wenn ihr also im Combat wart oder wenn nicht, zum Beispiel weil ihr dieses Colorless Mana noch braucht, dann geht ihr jetzt also hier in, dann seid ihr noch in der Main Phase 1 an der Stelle hier, guter Punkt, um die Cable Therapy zu casten. Dann den Blitzableiter spielen. Damit meine ich, wenn ihr gegen Decks mit Rot oder Schwarz meistens spielt, die irgendwie Damage Based Removal haben, sowas wie Orcish Bowmaster oder Lightning Bolt und ihr habt das Nomads Encore im Spiel oder auf der Hand, ist es ja ganz, ganz praktisch, den Nomads Encore beschützen zu können. Also beispielsweise mit dem Construct hier oder vielleicht spielt ihr Narcomöbel. Aus meiner Gründe natürlich auch oft besser, das im Zug davor zu machen. Und dann spielt ihr also als nächstes den Nomads Encore oder Schuko als erstes Combo Piece und Cephalid Illusionist als zweites. Das ist jetzt so meine Standardreihenfolge, aber es kann natürlich auch Fälle geben, wo ihr es andersrum macht. Also nehmt mal an, ihr habt zwei Nomads Encores noch auf der Hand und der Gegner könnte einen Dace haben, dann spielt ihr vielleicht zuerst den Illusionist und wenn der Gegner dann den Nomads Encore dacet und ihr kriegt noch einen Zug, könnt ihr es halt im nächsten Zug nochmal machen. Ja und wenn ihr keinen Blitzableiter habt oder es ein Fatal Push oder was, ah ne Dace habe ich ja gesagt, genau. So, dann ganz, ganz wichtig, die Fetchlands noch zu cracken. Natürlich nicht, wenn ihr bei einem Leben seid oder bei vier oder Gegner hat ein Lightning Bolt vielleicht, aber ich habe gestern deswegen ein Spiel verloren in Hannover gegen Kai Savatari auf Doomsday. Der hatte Force of Will auf der Hand. Ich habe gemisst mit Hardcast Cable Therapy. Ich habe Force of Negation gesagt und ich habe gesehen, er hatte Force of Will, Tazas Oracle und Dace. Und dann war ich etwas deprimiert, weil ich dachte, hm, was mache ich jetzt? Und ich hatte das Oracle in Hand und dann ist mir aufgefallen, ha, ich kann ja einfach das Tazas Oracle hardcasten, er Force of Will und dann gehe ich in die Combo und mache das halt, hole das halt mit dem Dread Return wieder. Aber bei der ganzen Aufregung habe ich dann ganz vergessen, meine Fetchlands zu cracken. Ich bin auch vorher in Combat gegangen, um den Schaden zu minimieren. Da war das Colorless auch weg. Und dann hat er mich mit dem Dace gekriegt und ich war tot. Ja, das war ziemlich doof. Gut, dann ist die Frage, ob ihr ein extra Body habt und damit meine ich, wenn ihr, ihr zählt die Kreatoren, die ihr auf dem Spielfeld habt, die nicht Teil der Combo sind und dazu dann noch die Narkomöben, die noch in der Bibliothek sind. Manchmal habt ihr eine in der Hand oder im Friedhof schon, weil ihr die schon mal ausgespielt habt oder die ist gerade im Spiel. Na gut, im Spiel ist ja auch okay. Aber genau, also zählt die Kreatoren, die ihr im Spielfeld habt, plus die Narkomöben, die in der Bibliothek sind. Und wenn ihr davon vier oder mehr habt, dann habt ihr also eins extra. Dann könnt ihr jetzt so lange millen, bis ihr Cable Therapy und den extra Body habt. Und dann ist die Frage, ob ihr Dread Return in Hand habt. Wenn ja, das ist halt ein bisschen doof. Das ist quasi euer Immunsystem hier. Die Cable Therapy und eine Krankheit, die den gesunden Erwachsenen verschont, sowas wie eine Grippe. Kann halt gerne mal jemanden umbringen, der ein geschwächtes Immunsystem hat. So ist das auch. So sehe ich auch die Cable Therapy. Also wenn ihr die benutzen müsst auf euch selbst, werdet ihr zum Beispiel leicht von Endurance gekillt, obwohl normalerweise Endurance jetzt... Endurance ist wie eine Grippe. Normalerweise überlebt man das als Breakfast-Spieler, aber wenn man geschwächt ist, zum Beispiel weil man sich selber therapieren muss, dann kann es schon schwierig sein. Es gibt natürlich auch den Fall, dass ihr genug Mana habt, um Dread Return zu hardcasten, aber das hätte das Diagramm jetzt zu kompliziert gemacht. Deswegen habe ich das jetzt weggelassen. Und ihr könnt natürlich auch, wenn der extra Body... Das habe ich, glaube ich, hier falsch gesagt. Also ihr müsst insgesamt vier Bodies haben. Die können auch Teil der Kombo sein. Aber ihr könnt natürlich den Kombo-Body, also wenn ihr jetzt Illusionist und Nomads im Chor habt, könnt ihr natürlich nicht einen von den beiden sacrificen. Dann müsst ihr halt so lange millen, bis ihr die erste Narkomöbe kriegt, plus Cable Therapy. Genau, und dann könnt ihr die Therapy casten. Was gibt es dazu noch zu wissen? Achso, und wenn ich sage mill, dann meine ich jetzt auch immer, wenn ihr irgendwie eine Narkomöbe aufdeckt, dann die natürlich auch ins Spiel bringen. Und man könnte, glaube ich, auch die ganzen Trigger stacken mit den Narkomöben, aber ich arbeite immer jeden Dreierstapel extra ab, damit, wenn der Gegner zum Beispiel eine Surgical auf die Narkomöbe spielt und ihr habt Nomads on Chor, dann könnt ihr immer noch in Response die anderen Narkomöben holen. Und dann kriegt ihr nur eine. Gut, aber wir gehen mal davon aus, im Normalfall habt ihr Dread Return hoffentlich nicht in der Hand. Da könnt ihr also den Gegner therapieren, je nachdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Chant-Effekt habt, also entweder ihr habt Orm's Chant durchgekriegt oder Teferi im Spiel, dann kann der Gegner ja sowieso nichts casten. Dann müsst ihr also nur irgendwelche Karten in der Hand mit aktivierten Fähigkeiten sagen. Also sowas wie Fairy Macabre ist immer so mein Standardfall, aber es könnte vielleicht auch sowas wie Otavara sein oder hier Boseju, wenn ihr Shuko habt. Und müsst ihr natürlich auch wissen, wie die alle heißen. Es gibt ja Boseju, who shelters all, aber ich glaube, Boseju, ja genau, Boseju, who endures, ist das für ein grünes Mana, was rausnehmen kann. Aber ja, meistens ist es ja doch die Fairy Macabre, von der man da Albträume hat, als Breakfast-Spieler. Und wenn der Gegner jetzt aber in Response auf die Therapy die Fairy Macabre castet, könnt ihr immer noch, wenn ihr Teferi Plus Eins gemacht habt, da könnt ihr alles in Sorcery spielen. Und ihr habt einen Nomads-Encore, dann könnt ihr immer noch in Response eure Bibliothek weiter millen und dann den Dread Return in Response casten und in die Combo gehen. Ansonsten könnt ihr jetzt gucken, okay, habt ihr gehittet oder einfach der Gegner hat gar nichts, ist die Road jetzt clear? Wenn nicht, wenn ihr zum Beispiel sagt Force of Will und der Gegner hat aber Force of Negation, das kann ja das Dread Return stoppen, dann müsst ihr halt entweder in den fernen Gameplan übergehen oder vielleicht könnt ihr es im nächsten Zug nochmal probieren, vielleicht zieht ihr da noch einen Force oder so. Deswegen ist es halt auch ganz wichtig, hier an der Stelle den Combat nicht zu vergessen und immer den Schaden zu maximieren. Nie vergessen, Schoko equippen, die Construkte generieren, wenn ihr das Mana habt, Schoko wieder umequippen, um den Block zu maximieren und so weiter. Also jeder Punkt Schaden kann eigentlich wirklich wichtig sein. So, aber gehen wir mal davon aus, okay, die Road ist clear, also ist alles okay, ihr könnt jetzt hier Combo'n. In dem Fall, wo ihr das seht, fallen natürlich auch einige der Steps jetzt weg, da kann man es auch manchmal abkürzen. Aber es kann ja auch sein, dass ihr es halt nicht wisst, weil ihr euch zum Beispiel selber therapieren müsstet. Deswegen habe ich jetzt hier diese ganzen sicheren Sachen noch mitgesagt, dass man vielleicht noch nicht weiß, was der Gegner hat. Da könnt ihr ja auch ein Vale of Summer spielen oder sowas. Okay, sagen wir jetzt mal, das Oracle ist bei euch in der Hand, ist auch wieder ein bisschen ungünstig. Aber wie jetzt in dem Beispiel vorhin, kann das auch von Vorteil sein, weil ihr da um so einen schönen Force of Will drumrum spielen könnt. Und in dem Fall habt ihr also hier Oracle in Hand, cardcastet ihr das Tassas Oracle. Wenn das gecountert wird, dann könnt ihr einfach ganz normal weitermachen. Und wenn es aber Resolved, könnt ihr einfach millen, aber in Response auf den Milltrigger. Ihr könnt nicht abwarten, ob der Gegner den Milltrigger stifelt, weil wenn jetzt sagt, Oracle Resolved, der Gegner sagt ja. Und dann sagt ihr Trigger Resolved und der Gegner sagt auch ja, dann ist es zu spät, dann ist eure Bibliothek noch nicht gemillt, weil dann kriegt ihr nicht nochmal Priorität. Und dann macht der Oracle Trigger halt nichts, außer euer nächsten Draw zu optimieren. Deswegen, also Oracle Resolved, sagt der Gegner ja. Dann millt ihr in Response, geht natürlich dann auch nur mit Nomads Encore eure Bibliothek. Ansonsten müsst ihr es andersrum machen. Also wenn ihr Schuko habt und nicht Nomads Encore, müsst ihr erst eure Bibliothek millen und dann das Tassas Oracle hardcasten. So und jetzt millt ihr also alles und dann ist die Frage, ob der Oracle Trigger Resolved. Wenn der Gegner jetzt eine Endurance castet und ihr habt Nomads Encore, könnt ihr einfach alles wieder neu millen. Ist überhaupt kein Problem. Wenn der Gegner jetzt aber Endurance castet, euren Friedhof in die Bibliothek legt und ihr habt aber nur Schuko, dann könnt ihr nicht reagieren. Dann kommt einfach der Oracle Trigger und vorher wird alles unten unter den Friedhof gelegt. Dann geht das Spiel einfach ganz normal weiter. Nur, dass ihr halt ein Oracle in der Hand habt, nee im Spiel habt, was aber nicht schlimm ist. Ihr habt dann wahrscheinlich die Cable Therapy schon im Exil, aber ihr könnt ja immer noch den Dread Return casten. Also eigentlich könntet ihr an der Stelle, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, auch mit Schuko wieder nochmal alles millen und dann, wenn ihr genug Kreaturen habt, wieder Dread Return casten. Das geht also auch. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. So, wenn der Oracle Trigger resolved, dann gewinnt ihr einfach das Spiel, jetzt ohne Endurance und solche Sachen. Wenn er aber gestifelt wird und eure Bibliothek ist gemüllt, seid ihr halt nächste Runde tot. Außer vielleicht, wenn der Gegner dasselbe gemacht hat und auch nächste Runde tot ist, keine Ahnung, aber dann müsstet ihr ja nicht in die Kombo gehen. Okay, gut, das war jetzt der Fall, wo ihr das Oracle hardcastet, aber meistens habt ihr das Oracle ja nicht in der Hand. Das Deck spielt ja auch Brainstorm und sowas, womit ihr das verhindern könnt oder das wieder weglegen könnt. So, sagen wir jetzt, Oracle ist nicht in der Hand. Dann kommt jetzt der ganz normale Standard-Kombo-Plan. Wenn ihr Nomads und Core und wieder Extra-Bodies habt, könnt ihr jetzt auch millen bis Dread Return Oracle und drei Extra-Bodies da sind. Mit Extra-Bodies meine ich also welche, die nicht Teil der Kombo sind. Also zum Beispiel drei Narkomöben oder zwei Narkomöben und ein Construct. Normalerweise habt ihr eine Narkomöbe schon geopfert, aber hier wieder so ein Fall, wo das Construct gut ist. Dann könnt ihr in dem Fall jetzt schon das Dread Return Flashbacken, obwohl eure Bibliothek noch nicht leer ist. Und der Vorteil ist, wenn jetzt das Dread Return gecountert wird, dann könnt ihr immer noch ein Fair Game machen. Wird natürlich schwer, je nachdem, wo in eurem Deck die ganzen Narkomöben, Dread Return und so alles ist. Da ist man schon ziemlich tief unten, aber ihr habt hoffentlich nicht vergessen zu fetchen. Und je nachdem, vielleicht habt ihr ja noch ein Kaldra im Spiel oder so. Selbst wenn es dann nur noch zehn Karten in der Bibliothek sind, also ist es durchaus noch möglich, das zu schaffen. Und unser Plan ist ja einfach, die letzten paar Prozentpunkte noch rauszuholen. Manche Spiele kann man halt nicht gewinnen, aber man sollte es halt wirklich versuchen, so viele wie mögliche Spiele da noch rauszuholen. Was ja sehr wichtig ist, wenn man zum Beispiel in die Top 8 kommen will oder so. Okay, aber nehmen wir mal an, okay, das Dread Return Resolved. Dann millen wir jetzt hier alles und dann, warte mal an, sorry. Das Dread Return Resolved, genau, dann kommt der Oracle, genau, dort müssen wir jetzt richtig, wir müssen alles millen. Und wir können nicht auf den Oracle Trigger warten, wieder selber Fall wie vorhin, wegen der Priorität. Also wir millen alles und dann ist wieder die Frage, Resolved der Oracle Trigger und dann win oder loss. So, was gibt es noch? Auch wenn ihr aber nicht Nomads Encore und die Extra Bodies habt, zum Beispiel ihr macht es mit Schuko, dann könnt ihr halt nicht Dread Return warten, ob der Resolved oder nicht. Und dann in Response auf den Trigger millen, sondern müsst ihr also vorher alles millen, flashback den Dread Return und wenn ihr Dread Return jetzt nicht Resolved habt, habt ihr halt verloren. Das ist halt der Nachteil. Also deswegen finde ich Nomads Encore eigentlich immer besser als Schuko, hat allerdings auch andere Sachen, wenn ihr zum Beispiel gegen Removal spielt, ist vielleicht manchmal Schuko besser. Allerdings können die dann den Cephalid Illusionist auch killen. Denn wenn ihr Nomads Encore und Cephalid Illusionist im Spiel habt, dann könnt ihr immer in Response millen und dann können sie nicht mehr euch besiegen. Dann hatte ich also gestern den Fall, dass ich zuerst das gespielt habe und dann das. Und der Gegner hat gesagt, ja, okay, Resolved. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in die Combo und er hat die Removal. Er hat gesagt, nee, doch nicht. Und ja, es war in dem Fall egal, weil wir eh nicht die Top 8 beide geschafft hätten. Da haben wir uns dann auf dem Unentschieden geeinigt. Aber normalerweise ist es so, wenn das erstmal beides Resolved, dann ist es quasi zu spät für Removal. Außer der Gegner hat irgendwas mit Split Second. Aber normalerweise ist es dann also so, dass ihr dann hier in die Combo gehen könnt. Ich weiß gar nicht, ob man dann sagen kann, ich habe jetzt Priorität und benutze diesen Trigger tausendmal. Aber ich glaube nicht, weil das ist ja eine Abkürzung für jeweils einmal und das mehrmals. Genau, aber wo sind wir? Also wir haben jetzt alles gemailt. Dread Return und hier also wieder Loss oder Win oder Endurance. Und wieder mit Endurance könnt ihr jetzt wieder in das fairer Game switchen oder later kombonen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, denn ihr habt ja den Dread Return geflashbacked. Das heißt, ihr habt hier schon mal drei Kreaturen verloren und wahrscheinlich für Flashback auf Therapy auch. Also das ist dann schon wirklich schwer, da nochmal zurückzukommen. Aber es gibt ja manchmal so Spiele. Also man sollte es einfach probieren. So, ich hoffe, das hat euch jetzt was gebracht. Ich hoffe, ich habe alle Spezialfälle mit drin. Hardcast, Dread Return, da kann man auch noch irgendwelche Sachen mit machen. Da habe ich jetzt vielleicht noch nicht mit drin, aber ich glaube, das würde es zu umständlich machen. Ja, aber ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ja, schreibt mir einfach mal, was ihr dazu sagt und ob ihr einfach noch weitere Tipps habt. Und ja, ob ihr vielleicht noch ein generelles Video haben wollt, auch über den Fair Gameplan und so. Aber es ist halt dann richtig, richtig schwierig zu entscheiden. Vielleicht muss man das mal mit Beispielen machen. Also dann, ja, maximale Erfolge beim Testen und Spielen von Cephalid Breakfast. Bis später, euer Konrad.